So, da sind wir jetzt im Party-Burz und wir gehen mal nach Ludleg, weil es ist der Schafschutz im Modus. Ja, und wenn ihr euch fragt, so hier, eine Digga, deine Quali ist jetzt ein bisschen anders. Ja, das liegt daran, dass keiner mein Aufnahmeprogramm streikt und einfach keinen Bock mehr hat, irgendwie so richtig aufzunehmen. Ich muss auch gucken, wie ich das fixen kann, aber auf jeden Fall funktioniert das im Moment nicht mehr. Das macht mich ein bisschen traurig, weil ich hab mir... Ey, Mann, verpiss ich, äh, weil ich hab mir jetzt im Moment auch noch ein Monitor zugekauft und dass das jetzt auch einmal nicht mehr funktioniert, das liegt nicht am Monitor, äh, das kriegt mich ein klein bisschen auf und das, ich sage, ich bin schon emotional am, äh, niedrigsten Punkt, hui, 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 aber ich bin mal ein bisschen und dann creme auf vielleicht Erfolgserlebnisse. Jetzt muss ich das auch, wenn meine Stimme manchmal nicht synchron ist, wundere ich... Achso, klein bisschen, weißt du, aber ich hab halt keine... Moin! Moin! Ja, von mir ist... Das war's mal beim Schöpple-Boy! Das ist ja kein Nusskopf. Was war's? Ja, da sind wir jetzt im Party-Bus und ich liebe einfach Loot-Lade, besonders im Sniper-Modus, jetzt bitte sagt, was ihr wollt, denkt, was ihr wollt. So, dann jumpen wir mal kurz hier down. Die Axt hat einfach nicht connected. Junge, die Kack-Axt von No-Skin da, Alter. Junge, willst du mich treffen, oder was? Ich geh jetzt extra hier rein, auch wenn hier nichts ist, um mich zu hier. Achso, er ist hier, ich hab keinen... Na gut, ich mach schon wieder. Und die Party geht ab und ich singe, ich hab in den Süden... Nicht so schnell, Boy. Einmal ein bisschen random rennen. Nur nicht ganz abbauen, weil... Erstens natürlich mit den Gegnern sehen, obwohl das im Sniper-Modus nicht so ganz so wichtig ist. Du bist so weak, wenn er mir abgestoppt wird. Er wurde von mir abgestoppt. Er leert jetzt. Ja. Er! Ja. Er, das ist zu sein. Er ist hier. Er hat es hier. Er hat es fünfgez терри. Er hat es da. Er hat es ihr ist hier. Ich will mal zurücklaufen wollen. Ich will mal zurücklaufen. Ich weiß, er hat gerade ein Save-Ogel oder sowas. Ich hole den Hut auf. Es war bei diesem Moment, dass Nathan wusste. He fucked up. Ey, als ob ich noch in die scheiß Falle reingerannt bin. Fuck. Ich hab nicht zu tun. Eine Ewigkeit später. Es bleibt spannend. Spannung vor. Natürlich ist es ja logisch. Nee, das wird nichts mehr. Das Problem ist, wenn man hier einmal piekt, es machen 10 Leute auf die Auge. Eine Ewigkeit später. 2.000 Jahre später. Ich schieb. Ich muss auch schon erstmal. oh ne ich hab's aber nicht surprise motherfucker FAAK GANATEN DAT war gut gemacht das ist ein bisschen kritisch ich bleib jetzt einfach hier drin und misch ihn nicht mehr ein 6 1,5 Stunden später eh, ich... Entschuldigung, das ist das Spiel, ne? was das ist das hier ich habe Nein, Internet! Nein! Nein, Internet, jetzt bitte nicht. Internet. Au. Hm. Stopp. Sonst kriegst du gleich einen auf den Schnauzer. Man muss Kritik abkönnen und das ist nun mal so. Oh, schade, ey, Mann, das war so lächerlich. Och, ey, das war so spannend. Nein. Och, Mann. Da würde ich sagen, verabschiede ich mich davon. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Och, Mann, ey, das war so wieder komplett. Was kannst du eigentlich?